Du möchtest wissen, wie du deine Social-Media-Kampagnen oder sozialen Kanäle entsprechend gestalten kannst und was dabei wichtig ist, dann bleib auf jeden Fall bei diesem Video dran und dann sehen wir uns gleich nach dem Info wieder. Ja, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Ich habe heute den Nico Wecker mitgebracht. Wir müssen heute so ein bisschen über das Thema Social-Media-Posting sprechen. Vor- und Nachteile, da gehst du später vielleicht ein bisschen ein. Ich erzähle erstmal so ein bisschen darum, was sollte man posten, was kann man posten heutzutage, was ist vielleicht so einfach. Ja, modern oder was macht man heutzutage und man muss natürlich erstmal Social-Media wieder ein bisschen breit sehen. Es hat sich jetzt, früher war es jetzt einfach nur Facebook. Jetzt haben wir ja mittlerweile viele Kanäle, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn und so weiter und so fort. Und das erste, bevor du überhaupt ein Posting machst, muss man natürlich die Frage stellen, was ist für meine eigene Zielgruppe sinnvoll. Das heißt, bevor ich da wirklich jetzt anfange, überall Social-Media-Postings zu machen, sollte ich mir erstmal einfach Gedanken machen und mich selber fragen, wo befindet sich meine Zielgruppe. Ganz einfach, wenn du jetzt ein Unternehmer bist, der hochpreisig vielleicht Häuser verkauft im Wert von 200.000, 300.000 Euro oder noch mehr, dann bist du wahrscheinlich auf TikTok bei der jungen Zielgruppe wahrscheinlich falsch. So, das erstmal zum Einstieg. So, was postet man heutzutage? Wir gehen jetzt mal von einem normalen Unternehmer aus, Zielgruppe 20- bis 35-Jährige, ganz normal. Da ist auch jede Plattform erstmal relevant, würde ich jetzt sagen. Heutzutage ist auf jeden Fall relevant, dass es Persönlichkeit drin ist. Ja, was heißt Persönlichkeit? Es bringt jetzt einfach nichts, einfach ein Stockbild zu nehmen und darunter einen Text zu schreiben, weil das geht meistens unter. Ihr müsst euch immer vorstellen, wenn die Leute auf Social Media unterwegs sind, dann gibt es sehr, sehr viel Input, sehr, sehr viele Anzeigen und sehr, sehr viele Memes heutzutage. Das heißt, man scrollt die ganze Zeit runter und meistens sticht das raus, was persönlich wirkt. Also, wenn ich einen Mensch sehe, wenn ich jemanden in die Augen schaue sozusagen, dann wirkt das immer humaner, normaler und interessanter, ja. Weil ein Stockbild kann jeder kaufen, kann jeder einsetzen und ist auch nicht mit deinem Unternehmen identifizierbar. Jetzt tun sich aber ganz viele schwer damit, sich erstmal vor die Kamera zu stellen und überlegen vielleicht, jetzt brauche ich ein Social Media Team oder ich brauche einen Kameramann. Und diese Hürde solltest du dir selber nehmen. Also, es reicht wirklich heutzutage, das Handy zu nehmen und Büroeindrücke, Eindrücke von dir selber, Bilder von den Mitarbeitern zu posten, ab und zu, dass sich ein Mitarbeiter vorstellt, vielleicht eure Arbeitsweise erklärt. Und das ist eigentlich schon so die Basics sozusagen, die man posten kann. Jetzt tun sich auch ganz viele schwer bei dem Thema, wie viel schreibe ich eigentlich in die Caption sozusagen. Und hier gibt es eigentlich kein richtig oder falsch. Aber so ein kleiner Tipp ist, ich habe ja eben schon gesagt, Social Media ist schnelllebig und das heißt schnelllebig, man muss eigentlich schnell zum Punkt kommen. Es bringt wenig, heutzutage da wirklich einen Roman zu schreiben und diese ganze Zeit, die man auch da reinsteckt, die lohnt sich meistens nicht. Dazu kommt aber Nico gleich nochmal. Aber manchmal ist kurz besser als lang und manchmal ist drei, vier Zeilen besser als einen Roman zu schreiben. Das sind so die wichtigsten Sachen und das kann auch manchmal bei einer Vorstellung sein, wenn im Video alles erklärt wird, dann brauche ich jetzt nicht einen Roman darunter zu schreiben, weil im Video wird dir alles erzählt. Und ich würde mir jetzt auch, wenn man jetzt im Bereich ist, weiß nicht, 100 bis 1000 Follower, jetzt nicht so viele Gedanken darüber machen, scheiße, ich muss jetzt jeden Tag was posten, sondern es muss einfach eine gewisse Regelmäßigkeit drin sein. Und eine Regelmäßigkeit kann auch ganz, ja, ein bisschen drastisch ausgedrückt einmal im Monat sein. Das ist jetzt nicht ideal, aber selbst wenn es einmal die Woche nur ist, dann ist es auch in Ordnung. Wenn es alle vier Tage ist, auch in Ordnung, zweimal die Woche oder alle zwei Wochen. Also einfach eine Regelmäßigkeit, dass wenn sich jemand auf eurer Instagram, Facebook-Seite verirrt, dass er sieht, hier lebt jemand, hier ist jemand aktiv, dieses Unternehmen ist modern. Ja, das sind so die Basics und wenn du die beachtest, dann bist du eigentlich schon ganz weit. Ja, ich würde sagen, damit übernehme ich mal an der Stelle. Also du hast gerade schon ganz kurz angesprochen, wir haben ja für uns immer eigentlich eher im Fokus bezahlte Werbeanzeigen. Ja, das heißt, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was kann Social Media, was kann Social Media auch nicht, wofür ist es gut und worauf sollte man da achten. Was ich hier als Tipp auf jeden Fall erstmal mitgeben möchte, ist dir klar zu werden, was willst du damit jetzt konkret erreichen. Ja, das heißt, man kann da sehr viel sich ausprobieren. Es gibt auch Leute, gerade so im Dunstkreis Online-Marketing, die sagen, hey, du musst jetzt deinen Social-Media-Auftritt erstmal irgendwie auf eine Eins bringen, dann kannst du X auf Z machen. Aber wir müssen uns halt wirklich mit der Frage auseinandersetzen, wer sieht das denn am Ende des Tages, wenn du Facebook, Instagram nimmst? Ja, dann sehen sie Leute, die dir schon folgen. Und das sind entweder Leute, die schon mal bei dir gekauft haben, Familienmitglieder oder Leute, die dich halt wirklich extrem interessant finden als Unternehmen. Aber da müssen wir dazu sagen, also für den klassischen Mittelstand, da gibt es jetzt nicht tausende von Leuten, die dir irgendwie folgen. Also habe ich zumindest noch nie gesehen. Und dann ist halt die Frage, okay, ich lade jetzt irgendwas hoch, ich mache mir Gedanken in einem Post, ich mache Bilder, ich mache Texte, alles gut. Das sehen am Ende des Tages nicht super viele Leute. Und ich muss mir auch klar sein, das sehen jetzt nicht Leute, die ich proaktiv nochmal auf mich aufmerksam machen kann. Ja, so immer, wenn ich diese Schwelle übertreten möchte, also immer, wenn ich sage, hey, ich will jetzt quasi meinen aktuellen Dunstkreis verlassen, ich möchte neue Interessenten auf mich aufmerksam machen. Das ist genau der Punkt, wo ich Geld in die Hand nehmen muss und bezahlte Währung machen muss. Und ich will jetzt nicht sagen, dass Social Media da komplett nutzlos ist, auf gar keinen Fall, sonst würden wir das Video hier auch nicht machen. Social Media ist halt, man kann sagen, eine erweiterte Visitenkarte, also ähnlich wie deine Webseite gut aussehen sollte, falls Leute auf dich zukommen, sich mit dir auseinandersetzen. Ist Social Media das auch, das ist ein bisschen persönlicher, du kannst da wirklich nochmal die Chance nehmen und quasi, ja, Vertrauen wecken. Aber man muss das Ganze halt in Relation setzen. Also du solltest jetzt nicht genauso viel Zeit in einen Social Media Account stecken, wie in das Bearbeiten von bezahlten Werbeanzeigen. Das macht einmal keinen Sinn, sondern du kannst ein bisschen Social Media machen, musst dich aber wirklich in deiner Kernzeit darauf fokussieren, bezahlte Werbung zu machen. Und da geht es dann auch wirklich eher darum, okay, wie kann ich jetzt Interessenten einsammeln, wie kann ich meine Produkte, die ich habe, bewerben. Klar, das Ganze funktioniert auch gut mit Authentizität oder einfach, ja, ein bisschen Professionalität. Aber da geht es vor allem um das Produkt und darum, neue Kunden auf dein Produkt aufmerksam zu machen. Und wenn du dann, sagen wir es mal, 10, 100 Leute auf dich aufmerksam gemacht hast und 10 davon gehen dann auf dein Social Video und erkundigen sich ein bisschen, dann ist das nicht verkehrt. Aber was ich auf jeden Fall für relativ sinnlos erachte und was ich leider Gottes immer noch höre für unseren Partnern ist, ja, wir müssen jetzt erstmal Social Media aufbauen und dann können wir uns auf die Suche machen nach Neukunden. Das sollte eher andersrum sein. Und wenn du schon eine relativ große, ich sage mal, Bekanntheit hast oder einfach eine große Follower schaffst, weil du schon so viel bezahlte Werbung gemacht hast, alles klar, dann lass uns um das Social Media Account kümmern. Aber das macht eigentlich nur Sensorum, zumindest wenn man Online-Marketing benutzen möchte, um Geld zu verdienen, ganz einfach gesagt. Und das muss aber einfach nur klar sein. Aber wenn man das denn entsprechend in der Online-Folge macht, dann bricht auch gar nichts dagegen, einen richtigen Social Media Account zu haben und das zu beherzigen, was der Kollege gerade gesagt hat. Man muss auch beachten, um viral zu gehen, musst du schon einiges investieren an Zeit, Kraft. Ansonsten sehen dich nur deine 100, 200 Follower. Ich habe ein gutes Negativbeispiel, weil ich nicht vor allzu langer Zeit mit einem Partner gesprochen habe. Die machen gerade keine Ads und verbringen acht Stunden die Woche in ihre Postings. Und du meintest, mit dieser Zeit, da kannst du irgendwie anders und mehr Geld fürs Unternehmen verdienen. Also da muss man halt auch einfach differenzieren. Lohnt das gerade für mich? Kriege ich das irgendwie reinvestiert? Weil eine Arbeitskraft den ganzen Tag, das ist schon ziemlich viel. Ja, auf jeden Fall. Also der Trugschluss, den ich auch immer wieder höre, ist ja, dass es ja kostenfrei ist. Also klar, Arbeitszeit kann jeder sich dann ausrechnen, aber kostet ja nichts, da was hochzustellen. Und ich habe ja auch den 10 Likes dafür bekommen oder 20 oder wie auch immer. Ist auch alles richtig. Aber wie gesagt, wenn wir jetzt das Ziel haben, wirklich neue Kunden, neue Interessenten zu generieren, dann ist das jetzt nicht unbedingt der Weg, den man als erstes einschlagen sollte auf jeden Fall. Aber ja, lassen wir es dabei erstmal. Wir wollen es, wie gesagt, auch nicht komplett schlechtreden. Das ist nur eine Frage der Prioritäten und der Sinnhaftigkeit. Ja, damit würde ich sagen, schließen wir das Video erstmal. Dir auf jeden Fall einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlass schon mal ein Like, abonnier den Channel, damit du auch nichts mehr verpasst. Und wenn du Probleme aber hast, dass du dich nicht gegen günstigere Konkurrenz durchsetzen kannst, dann haben wir dir hier unten ein Video verlinkt. Da erfährst du, was für Tipps du da anwenden kannst. Viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.